Hallo Bert, Zeit für unser Schachspiel! Äh, nee! Was ist denn Bert? Oh, Junge, du hast mich erschreckt! Tatsächlich? Oh ja, und wie? Oh je, ich hab nur gesagt, hallo Bert, Zeit für unser Schachspiel! Da braucht man doch nicht zu erschrecken! Schön, aber ich war grad beim Lesen und dachte nicht, dass du hier bist! Oh! Oh! Du dachtest, ich bin nicht hier? Ja! Oh je, das stimmt vielleicht! Was? Dass ich vielleicht gar nicht hier bin, Bert! Wieso? Na ja... Aber das ist doch Unsinn! Na, ich weiß nicht, du bist ein heller Bursche, Bert! Und was du sagst, ist meistens richtig! Oh, danke, Ernie, vielen Dank! Und wenn du sagst, dass ich nicht hier bin, dann... Dann bin ich vielleicht wirklich nicht hier! Gut, wenn du gar nicht hier bist, Ernie, dann kann ich in aller Ruhe mein Buch weiterlesen! Und wenn ich nicht hier bin, dann ist die Frage, wo bin ich dann? Oh Mann, jetzt geht das schon wieder los! Wenn ich nicht hier bin, müsste ich doch sonst wo sein! Ernie? Ernie, was treibst du da? Ich will mal sehen, wo ich bin! Das ist doch der reine Blödsinn! Ich dachte, ich gehe vielleicht gerade auf der Sesamstraße spazieren, weißt du? Aber da bin ich auch nicht! Natürlich bist du da nicht, Ernie! Aber wenn ich nicht auf der Sesamstraße bin und hier auch nicht, dann bin ich verloren gegangen! Ich halte das nicht mehr aus! Einsam und verlassen, irgendwo da draußen, irre ich vielleicht durch einen unheimlichen Geisterwald, halb verhungert mit kalten Füßen! Oh, das ist fürchterlich! Ich werde mich niemals wiedersehen! Also du reiß dich doch mal zusammen, Ernie! Ernie, beruhige dich! Oh, ich vermisse mich so! Willst du nicht endlich aufhören, Ernie? Ich kann dir klipp und klar beweisen, dass du hier bist, ja! Ach, das kannst du! Ja, das kann ich! Komm, gib mal den Spiegel her! Da, den Spiegel! Nee, den Spiegel! Ja, nimm ihn! Hier! Was siehst du? Dass das ein Spiegel ist! Nein, du sollst reingucken! Guck, reinguck, reinguck in den Spiegel! Was siehst du da drin? Was siehst du? Oh, nein! Du, Bert! Ich sehe mich! Richtig! Dass da im Spiegel bin ja ich! Ja, und wenn du dich selber im Spiegel siehst, Ernie? Dann muss ich ja wohl hier sein! Bin hier! Ja, du hast's erfasst! Ja! Ja! Tut mir aber gut, mich wiederzusehen! Na schön, dann kann ich jetzt ja wohl endlich mein Buch weiterlesen! Ein erhebender Anblick! Mhm! Wie schön, sich mal wiederzusehen! Hallo, Bert, ich bin hier! Zeit für unser Schachspiel, weil ich nämlich hier bin! Ernie, Ernie, wir können heute aber nicht Schach spielen! Ach nein? Nein, nein! Warum nicht? Ich bin hier! Ja, ja, Ernie, ganz recht, du bist hier, du ja! Aber ich nicht!